Ihr anfangt zu spielen, fahrt ihr an zu laufen, wenn sie aufhören zu spielen, hört ihr auf zu laufen, setzt euch hin, wer übrig bleibt, ist raus. Alles klar, viel Spaß. 1, 2, 3, 4, den ihr unten gelegt habt, gewonnen, der mit einem P-Hoot, du warst Sprecher. Okay, P-Hootlinger, ein Stuhl weg, nur noch 4. Also, ne, nur noch 3 Stühle, ne, ein Stuhl weg, der Stuhl muss, ja, genau, sehr schön. Hä? Wir üben nicht mehr runter worden. Ja, ich denke, wenn die Musik weitergeht, machen die letzten 4 weiter. Sehr schön. Der Junge her mit dem Bart wird das nächste Mal des Saales verwiesen. Ist klar, ne? Pinguin, macht ihr noch einmal so eine Scheiße, geht ihr in den Regen. Okay, ich hoffe, die Pinguin haben aufgepasst, ich war beschäftigt mit dem Stuhl-Trieg. Noch 3 im Spiel, Walter Gates. D fare miner, nein! Musik 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 Ja, hier ist der Spendone drin gewesen, der hat gemogelt. Der hat nicht richtig gespielt. Okay, ein Stuhl, ihr zwei. Ihr seid die Einzelnen, die uns richtig Geiles gewinnen. Das ist euch klar, ne? Also, strengt euch an. Noch ein Lied, kennt ihr alle. Ihr könnt heute erst anfangen, wenn ihr am Pünktar spielen. Ja, ihr wollt ja auch warten, wie ihr wollt. Also, das ist egal. Ich freue mich an Gusto. Eins, zwei, drei, vier. Hey! Oh, warte mal, herz. Ja, jetzt fiel das hier aus. 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 Ja. Jetzt fiel das hier aus. Hier, hier noch her. Ja, haben wir das Geschenk hier, den haben wir nicht, ne? Nee, kommt auf! Von der Pinguin, wir haben die Geschenke nicht alle auf die Bühne geholt. Der junge Herr hat gewonnen, merkt ihr den? Der kommt gleich, darf sich geschalten, leider abholen, nein.